Hallo meine Lieben, jetzt begrüße ich euch zum zweiten Teil, nämlich zu dem Reading aus dem Tarot für Dual- und Zwillingsseelen für die sogenannten Einlasser oder Gefühlsklärer. Ja, bei mir heißen sie nicht Gefühlsklärer, ich mag das Wort nicht, bei mir heißen sie Einlasser. Ganz wichtig, meine Lieben, wenn du jetzt zum ersten Mal bei mir zuschaust oder auch jetzt vielleicht nur beschlossen hast, dieses Reading anzuschauen, es wäre ganz wichtig, dass du dir den ersten Teil, den Teil für die Seinlasser oder Loslasser anschaust. Ja, denn wieder ist es so, ich kann es gar nicht beschreiben, was ich empfinde, wenn ich die Karten mische, mich dann auf die Positionen konzentriere und sehe die gefallenen Karten. Oh, ich muss mich jetzt echt zusammenreißen, weil ich so berührt bin davon, wie stimmig auch jetzt diese Legung zum ersten Teil ist. Ja, ich kann euch das gar nicht sagen, was da in mir vorgeht. Und ich bin so traurig gewesen, mir hat jemand, ich glaube bei dem Vollmond Reading, hat mir jemand drunter geschrieben in den Kommentaren, ich soll live vor der Kamera mischen, weil das würde Vertrauen schaffen, ja. Bitte, meine Lieben, wer anzweifelt, dass ich diese Karten hier während des Mischens springen lasse und genau diese Karten dann auch für die Legung verwende, den bitte ich, den Kanal zu verlassen, ja. Weil ich finde das unglaublich anzuzweifeln, ich würde die Karten oder zu glauben, ich würde die Karten raussuchen, damit die gut zueinander passen. Glaubt ihr im Ernst, ich könnte sowas machen, ohne meine Anbindung zu verlieren? Glaubt ihr, die geistige Welt würde dazusehen, ja, dass ich sowas machen würde? Höchste Manipulation, da war ich wirklich richtig enttäuscht, richtig traurig. Ich habe es dann auch in den Kommentaren drunter geschrieben. Wer mir nicht glaubt, dass ich diese Legungen auf diese Art und Weise zustande bekomme, indem ich das Deck mische, ja. Und ihr wisst mittlerweile, wie dick das Deck ist, 78 Karten im Tarot, und mich jeweils auf eine Position konzentriere und dann warte, bis die entsprechende Karte springt oder manchmal eben zwei gleichzeitig, ja. Da ist keine Resonanz mit mir, deswegen kann auch keine Resonanz zu meiner Arbeit sein. Und dann bitte ich dich, such dir eine sehr liebe Kollegin oder einen Kollegen aus und schau dort zu, ja, aber nicht bei mir. Ich kann euch nur versichern, dass ich selbst wirklich beinahe zu, ich weiß gar nicht, ich habe so Gänsehaut bekommen, mir ist richtig, wie fast die Luft weggeblieben, wie ich die Karten gesehen habe, weil wer jetzt den ersten Teil gesehen hat, wird gleich verstehen, was ich meine. Ich war so wahnsinnig berührt. Und da ist mir das einfach wieder so schmerzlich bewusst geworden, dass manche Leute tatsächlich denken, ich suche hier die Karten raus, ja. Gut, aber ich möchte jetzt mich da gar nicht dazu noch weiter äußern, habe ich jetzt genug. Aber ich musste das einfach mal loswerden, ja, weil es doch dann immer wieder einfach, ja, sonderbare Dinge gibt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du den ersten Teil gesehen hast. Dann weißt du auch bereits, dass diese Legungen ab jetzt speziell für Dual- und Zwillingsseelen sind. Die karmischen Lernpartner werden eigentlich von dieser Energie jetzt nicht mehr tangiert, ja, muss man einfach so sagen. Und wenn du dich im ersten Reading wiedergefunden hast, wirst du dich jetzt auch im zweiten Teil wiederfinden. Ihr erinnert euch, wir hatten hier oben im ersten Teil die Welt mit den neuen Stäben. Und ich hatte da intuitiv wahrgenommen, dass jemand etwas, und die geistige Welt hatte mir dieses Wort grausam, ein paar Mal so deutlich gezeigt, dass ich es dann auch geäußert habe, jemand Grausames erlebt, ja. Und als allererste Karte aus den 78, als ich gefragt habe nach der Hauptenergie der Einlasser für Juli, fällt eine der grausamsten, wenn nicht die grausamste Karte des ganzen Decks, nämlich die drei Schwerter. Und schon da, jetzt kriege ich wieder Gänsehaut, ja, also schon da hat mir wirklich, ist mir richtig die Luft weggeblieben. Es bestätigt sich, dass dein Gegenüber aktuell und noch im Monat Juli etwas erlebt, was ihn in seinen Grundfesten erschüttert. Das nehme ich ganz deutlich wahr mit der Karte. Es ist etwas, was ihm das Herz bricht oder das Herz in Stücke reißt. So nehme ich es wahr. Dazu fällt der Page der Münzen. Ganz deutlich mit den beiden Karten passiert etwas, was ihn oder sie in ihrem Selbstwert absolut niederreißt. Es geschieht irgendetwas, was das Selbstwertgefühl dieses Menschen wirklich zutiefst erschüttert. Dieser Mensch sieht sich nach dem, was hier passiert, mit anderen Augen. Der Page der Münzen, ja, das ist für mich immer einer, der kommt und reicht dir quasi hier diese Münze, deinen Selbstwert in seinen Händen und sagt, schau, du bist wertvoll. Ich schenke dir diese Münze und bei dem, was hier geschieht, was immer es auch ist, ist es so wichtig, dass dieser Mensch jemanden an der Seite hat, der ihn unterstützt und hält und trägt. Und da kommt mir sofort wieder das Bild aus dem ersten Reading vor Augen, wo ich euch gesagt habe, wo ihr auf der Couch sitzt und euer Gegenüber legt, den Kopf auf euren Schoß, ja. Also ich habe so dieses Gefühl, dieses Bedürfnis nach Trost, nach gehalten werden. Also ganz schmerzliche Energie. Ihr wisst, meine Lieben, es sind allgemeine Readings, ja. Das kann, kann gar nicht jetzt auf jeden zutreffen, der jetzt schaut oder der auch für sein Gegenüber schaut. Ich sage euch nur, welche Energien für die Einlasser im Juli zur Verfügung stehen. Und nachdem es sich jetzt im Seinwasser mit ihm schon abgezeichnet hat und jetzt hier nochmal bestätigt wird, dürfen wir davon ausgehen, dass es vielen tatsächlich im Juli nicht gut gehen wird. Und die Karten sind ja unglaublich stimmig im Ganzen. Ich frage ja hier, was ist vielleicht passiert jetzt in der Vergangenheit schon? Und da fällt der Tod zusammen mit den sieben Münzen. Und ich nehme zu der Kombination sofort wahr, dass etwas zu Ende geht, etwas stirbt, auf das man große Hoffnung gesetzt hat. Schaut mal, die sieben Münzen, das ist ja die Karte hier mit diesem Gärtner. Da werden Samen gesetzt und es wächst etwas heran. Und mir ist jetzt schon wieder, mir schnürt erst die Kille zu. Aber ich muss sagen, was eventuell sein könnte, der Page der Münzen könnte eventuell für ein Kind stehen, stellvertretend. Weil es auch so dazu passt hier, dieses Wachsen und Gedeihen, das ist ja auch eine Karte, die für Schwangerschaft steht. Also es könnte theoretisch sein, dass euer Gegenüber Abschied nehmen muss von einem Kind, wobei der Tod nicht den physischen Tod bedeutet. Im Tarot, das ist keine Karte, die physischen Tod anzeigt. Bitte nicht erschrecken. Sondern es könnte sein, dass hier vielleicht entweder ein Kind das Haus verlässt oder dass eine Trennung eingeleitet wird und einer von beiden nimmt das Kind mit oder irgendetwas in der Richtung. Oder dass man sich einfach von etwas verabschieden muss, auf das man so gehofft hat. Auch mit dem Selbstwert, wenn es sich jetzt nicht um ein Kind handelt. Das Kind kam mir nur und ich sage euch immer alles genauso, wie es in meinen Sinn kommt. Wenn es sich nicht um ein Kind handelt, dann könnte es sein, dass dein Seelengefährte an irgendetwas gearbeitet hat. Er hat vielleicht, das könnte alles möglich sein, ein Geschäft aufgebaut. Oder er hat vielleicht viel Hoffnung auf eine bestimmte Freundschaft gesetzt. Oder irgendetwas. Diese Karte spricht von Hoffnung, dass etwas wächst. Und diese Hoffnung scheint zu sterben oder scheint zerstört worden zu sein. Oder wird erst noch zerstört im Juli. Und das wiederum wirkt sich katastrophal auf den eigenen Selbstwert aus. Der Tod steht immer für ein endgültiges Ende von etwas. Eine Hoffnung zerplatzt wie Seifenblasen. Und es verursacht unglaublichen Schmerz. Und wir kommen hier gleich noch zum Thema Verlust. Es geht hier darum, etwas zu verlieren. Kann sich auch um finanzielle oder materielle Sicherheit handeln. Will ich überhaupt nicht ausschließen hier mit den beiden Münzkarten. Aber etwas jedenfalls, was dein Gegenüber bis auf die Grundfeste seiner eigenen Überzeugung erschüttert. Und auch hier geht es ums Verlassen. Ich frage ja an der Position, was ist ihm oder ihr jetzt noch nicht bewusst? Was weiß aber die Seele schon? Und schaut mal, wie bezeichnend. Da fällt zum einen der Vollmond. Die beiden Readings sind ja heute am Vollmond gelegt worden. Ich habe ja speziell auch gefragt, was beleuchtet der Vollmond jetzt? Diese Energie dieses Vollmondes im Steinbock. Und schaut mal, die Seele deines Gegenübers weiß bereits, dass es eine Situation zu verlassen gilt. Da ist etwas unwiderruflich vorbei. Und er oder sie muss gehen. Wie gesagt, das wird hier gleich nochmal bestätigt von der geistigen Welt. Eine Situation muss verlassen werden. Was aber jetzt ihm oder ihr in der Situation nicht bewusst ist, was aber die Seele schon weiß, dass wenn das alles hier überstanden ist, ja, ein wundervoller Neubeginn bevorsteht. Eine neue Zukunft. Eine Zukunft ohne Altlasten. Eine Zukunft, für die es Mut braucht. Auch diese Karte spricht von Mut, ja. Man braucht Mut, um sich hier aufzumachen und etwas zu verlassen, weil man weiß, es hat keinen Sinn mehr. Das kommt mir gerade so. Genau, das kommt jetzt ganz stark auch zu den beiden Karten. Jemand sieht ein, dass das, was er hier noch versucht, in der jetzigen Situation oder in der Situation, wie sie sich bisher gestaltet hat, jemand sieht ein, es macht keinen Sinn mehr. Es muss etwas endgültig zu Ende gehen, damit etwas Neues beginnen kann. Und die Seele deines Gegenübers weiß das schon ganz genau. Und gerade weil jetzt auch der Mond hier an die Position fällt, wird dieser Mond heute ganz viel Klarheit bringen. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt gerade in diesem Moment bei deinem Gegenüber tatsächlich Klarheit kommt. Ich habe es vorhin im ersten Teil schon gesagt, dieser Vollmond im Steinbock, ja, der beleuchtet Situationen, die bislang im Nebel gelegen sind, Situationen, die unklar waren. Geheimnisse kommen ans Licht, Lügen werden aufgedeckt. Was dann auch hilft, die Situation zu verlassen, um bereit zu werden für eine Neugel, ja, für den aber wieder dieses Selbstwertgefühl nötig ist. Ja, nicht umsonst liegen hier die Karten untereinander. Denn was hier passiert, raubt ihm oder ihr ja erst mal das Selbstwertgefühl, ja. Da fühlt sich jemand klein, verlassen, wertlos möchte ich fast sagen, manipuliert und schlecht behandelt, vielleicht betrogen. Und da muss ich dieses Selbstwertgefühl überhaupt erst wieder aufbauen, zu sagen, ja, ich gehe weiter. Kommen wir gleich noch dazu. Und was ich jetzt schon, also fast, fast spooky fand, an der Position frage ich es ja, wie er oder sie die Situation denn betrachtet in seinem Bewusstsein. Und da fielen die neun Münzen. Und die neun Münzen lagen ja im ersten Teil an der Stelle deiner Hoffnungen und Wünsche zusammen mit den zehn Kälchen. Und da habe ich noch gesagt, dass ich wahrnehme, dass du das bist. Als glücklicher und erfüllter Single quasi, du hast all deine Bereiche in deinem Leben in Ordnung gebracht, du kannst mit dir selber ein erfülltes und zufriedenes Leben führen und weißt, dass dich diese Transformation bereit gemacht hat, auch für eine erfüllte Beziehung. Und hier sieht dich, das bist du, dein Gegenüber genau in diesem Licht, in dem du dich auch siehst. Er sieht dich als diesen erfüllten Menschen, der es geschafft hat quasi, der seinen Transformationsprozess so wundervoll bewältigt. Und er möchte an dir festhalten. Er möchte so sein wie du. Er wünscht sich, er wäre schon so weit. Das kommt mir ganz stark zu den beiden Karten. Er hält hier verkrampft seine vier Münzen fest. Ja, das ist so das bisschen Selbstwertgefühl, was er vielleicht momentan noch hat. Und schaut zu dir. Und du stehst hier umgeben von deinen neuen Münzen, ja. So stolz und so kraftvoll und so mutig. Und da kommt mir wieder ganz stark dieses Bild aus der ersten Legung, dass er zu dir hin möchte. Diese Welt, die da lag an der oberen Position, ja. Dass er zu dir hin möchte in diese nährende, heilende Energie. Also ganz intensiv nehme ich das da wahr. Ja, er oder sie hält hier so das letzte Restchen an Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen fest, dass er noch hat. Und schaut zu dir und sieht, wie weit du schon gekommen bist und möchte sich von der Energie wie anstecken lassen fast. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es so heftig heute. Vielleicht hat es auch mit dem Vollmond zu tun, aber mir ist die ganze Zeit, ich habe mir die Herzklopfen bis zum Hals und mir ist ganz fast wie übel. Wenn ich diese Karten anschaue, bitte schreibt mir das unbedingt in die Kommentare, wie es euch beim Anschauen dieser Legung ging. Ob ihr das auch so intensiv wahrnehmt, ob das vielleicht tatsächlich heute mit diesem Vollmond zu tun hat. An der Position frage ich, was kommt im Außen auf dich zu? Und da habe ich sofort wahrgenommen, er oder sie könnte eventuell eine Reise machen. Zwei Sterbe mit der Welt, eine Reise. Oder jemand aus einer größeren Entfernung kommt zum anderen. Also es könnte theoretisch sein, dass euch räumlich eine große Distanz trennt oder dass ihr euch auch lange Zeit nicht gesehen habt oder vielleicht lange Zeit gar keinen Kontakt hattet. So nehme ich diese Karte hier wahr. Die Karte zeigt auch an, dass trotz all dieser Grausamkeit, die hier passiert, er, und es zeigen ja auch letztendlich diese beiden Karten, er oder sie, nicht ganz vergessen hat, dass da noch etwas Wundervolles in der Ferne ist, eigentlich die Wunscherfüllung schlechthin, was einen Neubeginn bedeuten könnte. Und vielleicht wird hier tatsächlich ein Treffen initiiert oder Kontakt wieder aufgenommen, denn ihr erinnert euch, in der ersten Legung fiel ja hier der Page der Kelche mit dem Eremit und es könnte sein, dass dein Gegenüber jetzt hier nach diesem ganzen Schmerz tatsächlich in diesen Eremiten-Modus kommen muss, um überhaupt in der Kraft zu sein, einen Schritt auf dich zuzugehen. Ich glaube, energetisch betrachtet ist er da schon. Das sehen wir hier eigentlich an diesen beiden Karten. Das ist ja, was ihm bewusst ist. Es zeigt eigentlich sehr deutlich, wo er oder sie gerne wäre. Aber ich habe manchmal dieses Gefühl, das hatte ich auch ja schon hier oben bei den neuen Stäben mit der Welt im anderen Reading, dass es eventuell noch ein bisschen dauern könnte, bis er oder sie soweit ist, was auch wichtig ist, ja, hier in dieser Akutphase, sage ich mal, was immer da auch passiert, erst mal so ein bisschen zu sich zu kommen, in die Selbstreflexion zu gehen. Aber was wunderschön ist, ja, ich frage dich hier nach den Hoffnungen oder Ängsten und da fällt der Ritter der Kelche für die Hoffnung und der passt natürlich toll zum Pagen der Kelche in der ersten Legung. Dein Gegenüber hofft, dir den Kelch reichen zu können beziehungsweise, dass du ihn auch noch annimmst. So nehme ich es wahr. Diese beiden Karten, ich lasse mal nebeneinander liegen, weil die passen sehr schön, ja. Mir kommt es vor, als würde ich hier in die Ferne schauen von diesem Neubeginnträumen, aber eben noch in dieser Energie hier schwingen, dass etwas aufgegeben werden muss oder musste oder dass ihm klar geworden ist, er muss etwas loslassen, etwas zurücklassen, ja, ganz deutlich hier diese Energie mit dem zurücklassen und es könnte der heutige Vollmond absolut ans Licht bringen, Klarheit wecken, um dann bereit zu werden für diesen Neubeginn. Aber ihm oder ihr ist ganz klar bewusst, ja, dass hier dann letztendlich der andere diesen Kelch auch annehmen muss. Vielleicht fragt er sich auch, bin ich denn in der Lage, einen gefüllten Kelch zu reichen? Oder brauche ich vielleicht noch mehr Zeit der Heilung, noch mehr Transformation, dass ich in diese Energie der neuen Münzen hier komme, ja. Ja, wenn momentan nehme ich ihn, er hier war. Das ist eigentlich unglaublich stimmig oder auch mit dem Pagen der Münzen, der diese Münze noch reicht. Also Hoffnung auf neue Erfüllung in der Liebe, ja, so nehme ich den Ritter der Kelche hier wahr. Der möchte seinen Kelch reichen. Er weiß auch genau wem, ja, das weiß er. Aber er weiß noch nicht, ob er schon so weit ist, weil bei ihm geht es ja jetzt erstmal darum. Das ist fast so ein bisschen wie dieser Vorgriff in die Zukunft, ja. Aber ich nehme, jetzt im Monat Juli nehme ich eher wirklich diese Energie wahr. Seine Seele ist momentan dabei, ihm zu suggerieren, du musst hier etwas hinter dir lassen. Etwas muss zu Ende gebracht werden, damit etwas Neues entstehen kann. Auf einer neuen Basis, der Name steht für Tabula Rasa, neue Voraussetzungen. Dafür muss etwas Altes gehen. Ja, und unglaublich berührend, die sechs Kelche hier oben, ja. Die Seelenpartnerkarte, eine der Seelenpartnerkarten des Decks. Und ihr erinnert euch, was ich gesagt habe in der ersten Lehung zu den neuen Stäben und zur Welt. Da möchte jemand nach Hause kommen, weil er spürt, nur bei dir ist sein Zuhause. und das drückt keine Karte des gesamten Decks besser und berührender aus wie diese Karte. Sie steht für diese vielen gemeinsamen Leben, ja, die diese Seelen schon verbracht haben. Sie steht für diese Rückkehr zum Seelenpartner, für dieses Zurückkehren eines geliebten Menschen aus der Vergangenheit für die Wiedervereinigung zweier Seelen. Es gibt keine Karte und das meine ich wirklich so. Ihr wisst, ich kenne jede einzelne Karte. Ich spüre die Energie von jeder einzelnen Karte. Ich sage es euch wirklich und deswegen war ich vorhin auch so unglaublich ergriffen. Keine einzige Karte im Tarot hätte die erste Legung an der Position besser bestätigen können, dass hier jemand nach Hause kommen möchte, dass die Seele genau weiß, hier ist der Weg zu Ende. Hier an diesem Ufer macht es keinen Sinn mehr. Du musst nach Hause gehen. Nur da kannst du heilen von diesem grausamen Schmerz. Und der Vollmond, der jetzt in beide Legungen gefallen ist, er war bei den Seinlassern an der Unterseite des Decks und hier fällt er symbolisch jetzt auf dieser Karte auch nochmal, denn er leuchtet diesem Mann den Weg. Die Karte zeigt ja den Mann, der sich hier aufmacht in die dunkle Nacht und er traut sich, weil der Vollmond Klarheit und Sicht bringt. Und genauso nehme ich es wahr, der heutige Vollmond bringt hier diese Klarheit. Das ist dieses Drängen nach Hause. Schaut mal, wie wehmütig der Mann mit der Weltkugel in der Hand in die Ferne schaut. Der mag heim. Oh, meine Lieben, was ist nur mit mir los heute? Ich bin so berührt, ich weiß gar nicht, ob euch das auch so geht, aber das geht mir so tief, diese beiden Willings jetzt. Unfassbar. Die geistige Welt bringt auch zwei Karten und wieder Treffen, da könnte es nicht sein. Die drei Münzen repräsentieren eine schicksalhafte Aufgabe, eine Prüfung, eine Aufgabe, die in deinem Lebensplan stand, beziehungsweise in seinem oder ihrem, wenn du für dein Gegenüber schaust, es sind alle Voraussetzungen da, um diese Aufgabe zu bewältigen, aber sie ist gewaltig und hier wird sie uns sogar noch explizit gezeigt. Abschied nehmen. Dein Gegenüber, dein Seelengefährte muss sich von jemandem oder von etwas in seinem Leben verabschieden, in das er riesengroße Hoffnungen gesetzt hatte, dass er hegen und pflegen wollte und es wird ihm weggerissen. Deswegen muss er gehen oder sie und was die geistige Welt mit dieser Karte noch ausdrückt, ist das Seelenpaar hier hinten. Das ist fast wie eine zerbrochene Beziehung, ja, wird jetzt auch wieder mit dem Kind passen, drei ungestürzte Kelche, wie eine zerbrochene Beziehung mit Kind vielleicht, die verlassen wird. alles göttlich geführt, alles so vorgesehen, damit die Seelen Paare zueinander finden. Und da sind wir wieder bei dem Thema, dass Beziehungen, die nicht auf wahrer Herzensliebe basieren, auseinanderbrechen. Speziell in diesem Jahr 2018, hat letztes Jahr schon begonnen, aber jetzt in diesem Jahr 2018 nimmt es noch mal vehement zu. Und die geistige Welt möchte ihn ermutigen, sich umzudrehen und zu schauen, dass hier noch etwas Wundervolles auf ihn wartet. Letztlich ein Ort, an dem er seine Wunden heilen kann. Also unglaublich. Es könnte alles ziemlich schnell gehen. Die Acht Stäbe an der Unterseite des Decks als Gesamtenergie. Ja, ihr seht, als Hauptenergie hier in der Mitte, die drei Schwerter mit den Pagen der Münzen und die Acht Stäbe. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass sich dein Gegenüber auf den Weg zu dir macht, dass alles damit überhaupt in Gang kommt zwischen euch wieder, auch wenn vielleicht jetzt lang kein Kontakt steht, die acht Stellen bestehen auch symbolisch für Nachrichten, die dich erreichen könnten, aber auf jeden Fall symbolisieren sie Bewegung. Es passiert etwas im Juli. Irgendetwas verändert sich, irgendetwas passiert. Ihr wisst, wir haben in den letzten Monaten auch oft schon so stagnative Energie gehabt, das ist oft so der Gehengte und da passiert irgendwie nichts, aber nein, im Juli passiert was. Ja, meine Lieben, ich bin sprachlos, ich weiß auch nicht, bitte schreibt mir unbedingt unter das Video in den Kommentaren, wie es euch ging, ob euch das auch so sehr berührt hat jetzt beim Anschauen. Ich bedanke mich natürlich, dass ihr zugeschaut habt, ja, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ich habe das alles im ersten Video schon erklärt, ich möchte jetzt nicht alles nochmal sagen, bitte nicht so viele persönliche Nachrichten schreiben, am besten nur kommentieren, das wäre mir sehr lieb, weil ich sonst immer so ganz viele, ich bekomme am Tag so 80 Nachrichten, ich kann die nicht beantworten und mir tut es dann so leid, wenn ihr mir schreibt und ihr kriegt keine Antwort, aber ich würde da einen halben Tag sitzen, das geht nicht. Und persönliche Readings bitte erst wieder im August anfragen, ich bin momentan komplett ausgebucht, meine Warteliste ist randvoll, ich denke bis August kann ich sie abarbeiten, ihr wisst, ich arbeite auch sieben Tage die Woche, ich mache auch nie Urlaub, wer mich kennt, weiß das, doch letztes Jahr habe ich zwei Tage, war auch nur einen Tag glaube ich, wo ich Urlaub mache, aber bitte seht das nach, dass ich momentan einfach nichts mehr annehmen kann, auch nicht auf die Warteliste, sonst wird dieser Druck immer größer und ich möchte einfach energetisch für euch, für diese allgemeinen Readings topfit sein und natürlich habe ich ja auch noch mein Leben, ich muss auch auf mich schauen, dass ich mich da so ein bisschen ja energetisch auch schütze, ich möchte ja für euch immer zur Verfügung stehen und meine ganzen Beiträge machen, im Übrigen am Samstag werde ich höchst wahrscheinlich die Sternzeichen Readings dann online bringen für die erste Juli-Hälfte ja ich bedanke mich für euer Zuschauen für eure Likes natürlich bedanke ich mich wenn ihr meinen Kanal abonniert wenn ihr mich auf Facebook besucht und ganz besonders über jeden einzelnen Euro an Spende der bei mir eingeht über Paypal ich verlinke euch die E-Mail Adresse die ihr braucht für Paypal in der Infobox ansonsten bekommt ihr natürlich auch meine E-Bahn wenn jemand nicht bei Paypal ist weil diese Unterstützung für meinen YouTube Kanal und für die kostenlose Arbeit die ja weiß ich unglaublich zu schätzen und bedanke mich da wirklich von ganzem 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 Herzen ja dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Juli ich bin gespannt schreibt auch gern Ende Juli nochmal in die Kommentare ob sich etwas von dem Reading bestätigt hat das ist auch immer sehr interessant und viele von euch höre ich ja dann denke ich beziehungsweise hören mich dann am Samstag für die Sternzeichen Readings ja dann wünsche euch noch einen schönen Abend und bis bald ich drücke euch eure Uli die